Sie sind hier 8. Oktober 2018, 16.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Frank Schmidt hat seinen Vertrag bei Heidenheim verlängert, Urheberrecht wird die Images-Trainer Frank Schmidt bereits seit 2007 im Amt, verlängert seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei Zeitligis 1. FC Heidenheim vorzeitig bis 2023. Zeitligis 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Cheftrainer Frank Schmidt vorzeitig verlängert. Der 44-Jährige, dessen ursprünglicher Kontrakt bis 2020 lief, unterzeichnete einen neuen Vertrag. Bis 2023. Schmidt ist seit 2007 als Cheftrainer bei den Heidenheimern in Amt und Würden, damit ist er mit großem Abstand der diensthälteste Trainer im deutschen Profifußball. Auch nach über elf Jahren als Cheftrainer beim FCH bereitet mir meine Arbeit nach wie vor unheimlich viel Spaß und Freude, sagte Schmidt. Anzeige, jetzt das Trikot von Heidenheim kaufen, hier geht es zum Shop der Weg, den wir in Heidenheim gemeinsam aus dem Amateurbereich bis in die 2. Bundesliga gegangen sind, ist etwas ganz Besonderes im Profigeschäft, fügte der Trainer hinzu. Bei Schmidts Amtsübernahme hatte Heidenheim noch in der Oberliga gespielt, 2014 gelang nach den Zwischenetappen Regionalliga und 3. Liga der Aufstieg in die 2. Bundesliga, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017